Hallo liebe Zuschauer, wie geht's euch? Ich hoffe euch geht's gut, genauso wie mir. Ich würde mich über Follows, über Spenden, über Mithilfe, über neue Mitspieler, die für NS oder Factorio dergleichen, alles was man so multiplayer spielen kann, was wir spielen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Die Spenden gehen für einen neuen PC für mich rein, ich habe selber jetzt schon 100 Euro beiseite gelegt, 500 brauchen wir noch, ja. Jetzt gerade habe ich mal einen kleinen Zugwechsel gemacht, die Züge gehen jetzt auf eine andere Linie, wo nur zwei Bahnhöfe sind, die anderen habe ich auf ein 3 bis 4 Bahnhöfen in die Linie gemacht, ein bisschen länger und ein bisschen schneller sind, also das heißt schneller, aber ein bisschen länger sind. Schneller vielleicht jetzt nicht, aber egal. Und habt ihr hier noch ein bisschen eingekürzt. 102712 ist now hosting you, danke dafür auf jeden Fall. Ich erkenne diese Unterstützung sehr, sehr an. Ist nämlich nicht selbstverständlich. Wenn ich jetzt nicht selbstverständlich. Und jetzt gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ah ha! Hehehehe! Passiert. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ja Crumb. Was ist los? Follow oder nicht? Willst du mir folgen oder nicht? Nein, aber beim ETS 2 kommen die nicht gerne mal wieder machen. War ja auch schon überlegen, ob ich da mal wieder irgendwas zusammenstellen, einen Konvoi etc. Ja Crumb, danke. Und jetzt sind dabei ja auch sexy lady. Gleich mit Herz, das wäre doch nicht nötig gewesen. Jetzt machst du mich hier ganz verlegen. Uh, wuschig. ... ... ... ... ... ... Okay. So, wie macht das? Ich gucke jetzt mal, ob die Züge auf der Strecke gut sind, noch nicht. Was schönes gibt, weiß ich noch nicht, mal gucken. Vielleicht gibt es ja da eine Verlosung vom Spiel oder so, mal schauen. Ich gucke jetzt mal. Ah, mal schauen, ob ich es bei 500 oder bei 1000 mache. Ich muss mal gucken. Dann muss ich erst mal mit meinem Sponsor sprechen, mit meinem Teampartner, also mit dem anderen Schäfer, Schäfer Frickel 2 sag ich mal. Weil die Sachen müssen ja irgendwo hier finanziert werden. Z720, weißt du wie man hostet? Weil ich habe das schon mal vorgehabt, nur ich habe es nicht hingekriegt. Ja, die 500 habe ich auch nicht reingeschrieben, die hat jemand anderes reingeschrieben, von dem wir uns getrennt haben. Nur jetzt muss ich gucken, wie ich das wieder wegende. Also wir hatten hier jemanden drin, der ziemlich viel Mist gebaut hat. Und den haben wir dann gekickt und gebannt überall. Gesperrt. Ja, und jetzt wollen wir gucken, ob ich die 500 wegkriege und ob das sieht irgendwas anders. Ja, das ist so. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, yeah! oh ist er lang ja leko mio Ls 15 bis 16, 16 gibt es schon mal nicht, es gibt Ls 17 ab Oktober, dann ETS 2 MP, das zocken wir hin und wieder mal, je nachdem, im Moment haben wir es jetzt lange nicht mehr gespielt, ich muss erst mal alles runterladen dafür, Trainplay, was zocken wir, wir zocken Factorio, wir zocken, ja Ls haben wir einen eigenen Game Store, haben wir einen mittleren Server, ja mit einer eigenen TS, ja zocken wir, Ls zocken wir, Factorio, Trainfever, ja und den nächsten wieder Eurochar, ich weiß noch nicht was wir machen noch. Da musst du ein bisschen Geduld haben. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.